Ja Leute, das ist mein Windows Notebook, mein Lenovo Notebook und das ist seit Windows 11 darauf läuft, mit dem WLAN wirklich furchtbar gewesen. Ich habe hier ständig versucht, neue Treiber und so zu machen bei jedem Windows Update. Hatte ich wieder Schwierigkeiten, 1-2 Megabit pro Sekunde und jetzt ist es wieder einigermaßen schnell. Wenn ich hier mit fast.com finde ich eigentlich immer noch einer der besten Geschwindigkeitsmessprodukte das ganze Mess, ist das ganz okay hier. Ich habe mir nämlich hier so ein WLAN USB Stick geholt. Das finde ich angenehmer, als jetzt hier stundenlang nach Treibern zu suchen, denn das ganze Ding kostet 30 Sturz. Ich habe es jetzt auch schon einigen Kunden empfohlen, die auch Probleme hatten mit ihrem integrierten WLAN. Und das Ding stört nicht allzu sehr. Natürlich ist es so, ein USB-Port ist nicht gelegt, damit kann man leben. Aber ja, ich kann das Ding soweit empfehlen, speziell wenn du Schwierigkeiten mit dem WLAN hast. Wenn ein internes WLAN funktioniert, dann natürlich nicht. Link zum Stick unten in der Videobeschreibung natürlich Affiliate-Link. Ich werde unglaublich reich. Nein, du bezahlst nicht mehr, ich kriege eine kleine Provision und bei den 30 Sturz ist das wirklich nicht viel. Aber es freut mich natürlich trotzdem. Dann hoffe ich, dass du dich auch bald über schnelleres Internet freuen kannst. Hier noch ein weiteres sehr wichtiges Video. Wir sehen uns dann hoffentlich dort. Mach es gut, bleib gesund, vergiss das Abo nicht. Ciao.